Jürgen Rademacher zieht die Konsequenzen aus 50 Jahren Milchbetrieb. Er bricht alle Regeln und macht jetzt alles anders. Ich würde den Kühen keine Kälber mehr wegnehmen und ich würde keine Tiere mehr töten. Das habe ich auch 50 Jahre lang gemacht und ich will sie. Dafür schickt er jetzt seine Kühe nicht mehr zum Schlachter, nachdem sie keine Milch mehr geben, sondern lässt sie hier auf dem Lebenshof einfach alt werden. Welche Herausforderung das mit sich bringt, das schauen wir uns heute an.